Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Formel 1. Ich möchte mich vorab jetzt schon mal für alles entschuldigen, was in diesem Rennen passiert und von mir ausgeht, weil ich bin echt scheiße und unfair gefahren. Das muss ich einfach zugeben. Ich habe Autos gefährdet und mich selbst auch und das müsste eigentlich bestraft werden, was es auch eigentlich ist, wie es sich am Ende herausstellt. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß. Ihr werdet Spaß haben bei diesem Video. Bis dann. Willkommen zurück zu Formel 1. Wir spielen heute auf der Karte oder auf der Rennstrecke Kanada und es regnet. Nein, echt? Spannendes Rennen wird es wohl. Das wird jetzt wieder witzig, wenn es regnet. Ja, das ist ja nur Qualifien. Mal schauen, wie es im Rennen wird. Noch mehr Regen. Noch mehr Regen. Welches Schnellsetup geht ihr denn dann? Wird nicht verraten. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock. Hoffentlich bricht das Rennen irgendwie ab, ey. Im Regen, ey. Ich habe meine Arsche offen. Das ist doch geil, ey. Ja. Bin bereit. Bis sich keiner trainiert. Stellt ihr das für eine feuchte Strecke ein? Ah, ja. Das soll ich machen. Du kannst ja danach wieder ruf stellen. Abfamilie ist aus. Das heißt, dass du danach eh wieder einschränkst. Ja, aber das ist ja eine schnelle Strecke, die gerade ausgeht. Vielleicht kompensiert sich das etwas. Man soll doch vielleicht so mittig gehen. Weiß es nicht. Doch nicht. Ich hoffe einfach, dass irgendeiner jetzt... Ja, ich mache es so. 2, 1... Also mit Regen, Alter, da habe ich gar keinen Bock. Da fliegen schon die Blätter. Aber das sagen keiner, der schon fast zu war. Ich weiß die Bremspunkte bei Regen überhaupt nicht. Ich auch nicht. Das wird richtig lustig. Oha. Das Ganze üben will ich. Boah. Wie langsam muss ich denn hier fahren. Ja, ich bin raus. Ich schleiche. Das wird mal eine tolle Startaufstellung. Ja, das könnte Ant einen Strich durch die Rechnung machen. Hoffentlich. Oh Gott, wie ich hier rutsche. Ja, das ist schlimm. Ich werde auf jeden Fall letzter. Ich werde auf jeden Fall letzter. Der Ant hat ja schon abgekürzt, oder? Nee, hat nicht gemerkt. Ich glaube, ich habe echt das falsche Setter. Boah, was ist denn der Lohn? Ey, warum hast du uns halt so einen Unglück gebracht? Ja, weißt du auch nicht. Ey, du bist böse. Das ist Striker, der Regengott. Ja. Striker ist übrigens nicht dabei, wer es noch nicht gemerkt hat. Nein. Also ich bin raus, Leute. Ich werde auf jeden Fall letzter. Voll die 1.17er Zeit, auf jeden Fall. GG. Ja, 1.17 Uhr und ich bin noch auf der Geraden. Echt? 1.17? Ich bin auch noch auf dem Geraden. Boah. Was ist schon 1.17? Ich bin, oh Gott, ich bin auch noch nicht. Sind schon welche im Ziel? 25, 26, 27, 28. Zwei Minuten. Nee, 1.30. Oh Gott. Oh, 14. Bin ich auf dem 6.01? Alonso. Was ist das denn jetzt gewesen? Ferrari vor mir. Echte Kuchen, Marcel, warst du gut? Ja, war ich auch. Dachte ich auch. Raffi, das sieht nach guten Optionen für uns aus. Boah, ich bin da... Oh Mann, Alter, das kann doch nicht sein. Ich bin von uns der Dritte, toll. Na, Kuchen, Marcel, wo bist du denn? Du warst doch vor mir. Ja, Mann, ich bin in der letzten Runde weggerutscht. Du warst, ich bin weit vorne. Oh mein Gott, Mann. Ich bin mal vor End. Das könnte ein interessantes Rennen werden. Scheiße. Und jetzt, Alter, sollen wir nicht starten. Ich muss jetzt mal alles einstellen. Ähm, wird dann Striker... Werden dann Striker 0 Punkte aufgeschrieben? Oder die Punkte, die sein Ersatzbarer jetzt für ihn gefahren hat? Nö, Nö, Nö. Null. Okay. Ausfall. Das war das ja eh nicht. Irgendwas scheint ich halt 0 Prozent. Ja. Oh Mann, Alter, das ist toll. Oh Mann. Oh, ich starte vom Letzten, ey. Das war ein Rund. Das ist echt eine gute Chance. Selbst ich bin vor ihm. Ich bin, glaube ich, 17. Ja. Ach, ey. Das hat nichts keinen Weg. Was soll ich selbst? Oh, ne, 14. Jetzt werde ich nicht Erster, weil ich so scheiße gestartet bin. Tja. Äh. Elf Runden mit weichen Reifen. Oh Gott. Ja, das ist... Bitte nicht direkt auf Go drücken, ne? Äh, wie ist es bei dir, Äh, Andy? Ne, das wird nichts. Ähm, 10 Runden. Na gut. Willst du zuerst rein oder soll ich zuerst rein? Du zuerst. Okay. So, ich hab wenigstens zwei Boxen zu stoppen, dann kann auch mein Benzin nicht alle gehen, so wie im letzten Rennen. Ja, das wird trotzdem alle gehen. Ja, du musst das mal wieder runterstellen, ne? Ach, da steht's. 35. Weil wir lassen ja auch die Reifen und so durchdrehen und fahren nicht perfekt und deshalb brauchen wir mehr Benzin. Aber ich sag mal so, ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck. Oh Gott sei Dank, das ist im Rennen nicht, Alter. Ah, scheiße. Null Prozent. Null Prozent. Ich hab, äh, wir hätten hier Start gedrückt. Ich glaube, das war Poki. Das tut mir leid. Haha, ja, ich hab's gehört. Das stimmt, wir haben ja auch wieder Gast Poki. Hallo und herzlich willkommen zu Formel 1, jetzt nochmal ne richtige Ansage. Ja, hoi, mit dem End. Ey, yo. Hey, mit dem End. Ähm, sag ich ja. Ich zielt halt alle Scheiße, ich baller mit der Weife. Oh Mann. Ich guck zu meinen Mails. Ich glaub, ich mach so einen Zusammenschnitt von deinen Raps, ey. Ähm, nein. Ja, ich hab schon zwei von dir jetzt. Oho. Ich bin, wir sind Knast, Bruder, denn wir sind im Knast. Hahaha. Hahaha. Aber warum, ey, warum musst du das Qualli im Regen bleiben? Das hat meine ganzen Sieg schon gemacht. Also. Mimimimimi. Wenn du gut fährst, Raffi, bist du wieder in unserer Wertung zweiter. Wer bist du jetzt? Kuchen. Ja, Kuchen. Kuchen macht das mal ernsthaft. Ja, okay. Philippe, was der Zweifel. Versuche das. Beteil dich wieder. 14. Das ist doch die Taffi, ey. Oder schnallt einfach mal meine Ausraste alle raus. Hahaha. Wenn schon denn schon. Editing Skills 100. Meine Ausraste waren meine Raps. Der große Preis von Kanada startet. Jetzt. 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 Ich bin schlecht weggekommen. Achtung, dass der Tucklisch hat. Ich komme von innen. Wow. Nein. Warum ist bei mir auf Automatik? Ich stehe nicht. Wow. Oh Gott. Alter, der Crasher, der der Mogeln sich bei richtig durch. Ja. Wow. Was ist auf dem da? Dein Vornflügel ist leicht beschädigt. Oh, Poki. Guter Start, oder? Immer guter Start. Oh Gott. Da bin ich jetzt vor mir. Gut gemacht, Raffi. Ich bin Vierter und hab gleich Hülkenberg. Ich bin Fünfter und hab gleich Papi. Darf schon mal gleich wieder in die Box. Alter, im Feldstart ist echt ein Scheiß. Boah. Ich kann mal ganz ehrlich sagen. Ja, ist immer ein Unfall. Hast du was, Poki? What? Alter, äh, hast du ne Strate gekriegt hier? Nein. Bist du da? Alter, liegen Vornflügel oben. Poki hat irgendwen abgeschossen, oder? Poki! Ne. Lass den Scheiß. Hier ist jemand in mich reingefahren. End, warst du das? Ich bin ja... Sag vorher Bescheid, Poki. Entschuldigung, war wohl nicht viel. In mein Teamkollegen. Alter. Gott, ey. Immerhin schon 10 Tagen. Nach dem schlechten... Ach, ey. Das Qualifying-Gegenalter in Kanada... Das... Auch irgendwie ein bisschen verwaschen. Wow. Kugeln. Oh man, fuck you, ey. Sorry. Ah. Pass doch auf, wir sind im selben Team. Pass doch auf, wir sind im selben Team. Hahaha. Wow. Wer ist ein erster, einer von uns? Raffi. Raffi. Ey. Ey. Und ich bin's dritter. Mit der klaren Power. Oh ey, nice. Wow. End, bist du gerade auch gerade ausgefahren? Ja, ich... Ich hab die Schnauze schon voll weg. Mann, Alter, das kann doch nicht sein. Boah. Runterkommen, wir sind nicht mehr in Monaco. Ey, warum haben wir jetzt schrafen? In Monaco lief es besser für mich. Lauter im Korni. Aber, Raffi, du bist echt nach einer Zeit im Leben. Wow. Wow. Wieso, was los? Ich krieg angeblich eine Strafe, weil ich angeblich zu wenig, die wir uns überfahren hab. Was ist mit Cracker los, wenn ich mich so langsam hier? Juuu. Ah. Ich musste sowieso gerade in die Bugs rein, weil mir jemand nicht gerammt hat und nicht den Frauenflug gefahren hat. Alter, Alter, wer fährt hier in mich rein? Waren wir hier ein bisschen fair, ja? Verwarnung, Kollision verschuldet. So, jetzt muss ich mal ein bisschen runterkommen hier. Ja, jetzt erstmal wieder ein bisschen, ne? Chili, Vanilli machen hier. Chili, Vanilli. Boah, das ist doch mal super. Wow. 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 Raffi gewinnt das Rene. Alter. Alter. Und derzeit sieht's nach Doppelsieg aus für McLaren. Was sowieso noch ne Strafe. Ist Erichsen ausgeschieden? Garf ist im Feld zu sein. Das alles nur in jedem Scheiß. Wow. Boah. Fahr dann gleich wieder auf die Strecke. Musst du von euch ja auch schon in die Bugs? Nee. Warum? Ja, ich schon. Das zweite Mal. Ich darf jetzt die Strafe durchfahren. Ich darf die Strafe durchfahren. Nein. Ob die Strafe durchfahren? Das ging es dir erlebt auf der Straße. Oh, jetzt wird wieder ne neue Rap, Alter. Alter, das Rennen ist ziemlich gelaufen. Meine Vorsätze für das neue Jahr. Sinn, Rappen und Schule. Ey, da ist der Striker nicht dabei. Das hat sich überhaupt gar nicht gerimt, Alter. Gerimt? Gerimt. Das hat sich nicht mehr gerimt. Gerimt. Ich werde mich wahrscheinlich mit dem vierten Platz verbiegen müssen hier. So lange ich wenigstens, ey. So lange ich glaube, das Feld noch einholen ist mir das jetzt egal. Hauptsache ich werde, äh, mindestens unter Platz 20. Also ich lieg grad bei einem Punkt. Lieg grad bei null Punkten oder Platz 21. Boah, wir sprich'n da über die Curls, ey. Kuchen oder das ist der Kuchen? Alter. Formel 1 und Schule. Nein, 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 nein. Dieses Rappen und Schule, das war bei TV total letztens. Das ist einer aus meiner Schule gewesen. Den habt dann alle übelst hoch genommen. Kuchen. Woaa. 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 Scheiße. Ich hab' nicht mehr gerissen. Ich hab' nicht mehr gerissen. Ich hab' nicht mehr gerissen. Das ist die scheiße McLaren. Wo ist End? Ich hätte das andere Set abnehmen müssen. Scheiße. Ich hab' das Gras nicht vor meinen Rädern, ey. Weil du immer wieder neues Gras trägst. Ja, du kriegst nicht die Räder vom Gras, oder wie? Boah. Alter, Schwede, ey. Das ist ja richtig schön. Äh, Kuchen, ich hole aber schon wieder auf für den anderen. Eben waren's 23 Sekunden, jetzt sind's 120. Aber halt, muss man so sagen, dann bist du arrogant durch mein Fahrrad. Boah, Ferex. Bist du gegen die Wand gefahren? Ja. Welcher Platz ist Ferex? 13. Hä? 13. 13. Zu viel riskiert. Ja. Solange Ferex nicht einmal irgendwie Punkte holt, ist mir das egal. Oh, der Kuchen, wie der hier über die Curbs springt. Was war eigentlich nochmal die Strafe, wer am letzten als... Wer die wenigsten Punkte hat, welche Strafe war das? Wow, sorry, 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 sorry. Boah, Alter Schwede. Hä? Welche Strafe war das nochmal für den Nähler? Ja, man muss nur ein Gedicht schreiben für alle oder so, ne? Ja, der darf ein schönes Gedicht über alle schreiben. Boah, ich fahr so schlecht. Alter, Poki. Ja, ich hab eine Frage, was machst du hier vorne? Ja, ich bin gut. Ja, Platz ist'n der. Fünfter. Noch? Den geht gleich wie das Benzin aus. Vielleicht Sechster. Und Ferex war neunzehnter? Ne, zwölfter. Aber das, was mich aufregt, ist, dass der Ruffy da vorne ohne Probleme wegfahren kann. Ja, ich halt für den extra Lonzo schön auf. Boah, Scheiße. Buchen welcher Platz? Äh, zehnt er noch. Boah, Kuchen! Boah, ich schaff's nicht! Oh mein Gott, ey! Ich bin mit dem Ziftarm, oder? Ich bin mit dem Ziftarm, oder? Das kann nicht sein. Ja, Spike, ich hab, äh, den Geil für mein Voraussetzung. Oh, Mann, Alter. Es ist immer dasselbe. Boah, dass der Tourcrash ist. Aber ich hab den Puki jetzt gleich eingecashed. Wenn er mich dann vorbei lässt. Puki, halt ihn auf! Alter! Scheiße, ich hab ne Strafe gekriegt. Aber zu Recht. Ich bin so dunkel! Tut mir leid. Ich fär vorbei wieder. Aaaaaah! Wer hat die Strafe bekommen? Riko! Rikko! Ah, Rikko! Alter! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Das, was... Oh, wow! Was war das jetzt? Du, deiner Zickzack-Kurve überholen war auch sehr gefährlich, Mann. Die ist das Wort so zu fürs, naja, ja. Ozanerlo. ich muss in die box ich kann nicht mehr scheiße war es eigentlich schon bei einem kollegen alter wer war das ja von mir irgendjemand hat mich in meinen vordermann rein gefahren ich schau gerade mal noch ich habe ja zeit ich bin in der box eriksen ist rausgeflogen auch schon in die box glaube ich moment ausgeschieden oder anliegen der hochkürzt ja aber das gibt es auch nicht wenn ich dran bin dass ich in vorne bei meiner konstanz ich habe aus der box da wo ich da wo ich jetzt stelle ich habe ich gerade eben erst von mir gespawnt vor zwei sekunden ja magic ich werde wieder hier so fünfter oder so ist das für ein arsch ich habe auch falsches set abgenommen also das ist die letzte ausgabe meine freunde war ein schönes projekt aber ja bei mir auch alter schrecklich was ich hier was los wir nicht mal an den vor mir ran aber an die konnte nur an der hand wer war gerade in der box ich mache das die sekunden aus war gerade jemand in der box von euch ja der pharynx du willst du in der zehnten rein oder ja wenn du willst kannst du in der zehnten rein aber mach doch ein boah ich glaube der ruffy ist schon wieder hinter mir oh nur noch zwei sekunden ja wenn du schneller bist dann musst du ihn aber auf über ja es wird auch schwer für mich extra landland zu fahren dann aber ich habe jetzt erstmal sechs sekunden auf alonso rausgefahren das ist sehr traurig dass ich einfach nicht an massagern kann ich war auch gerade auf magen ja masser ist ja quasi ihr striker ja wenn schlecht ja ja boah wie ich hier in jedem rennen abbaue an leistung ist nicht mehr feierlich er fällt dir einmal nicht mit und dann kann ich nicht mal gewinnen ey mann playmon ich habe das gefühl im zeitschern darf man nicht so krass abkürzen wie hier im rennen ja da ist schon eine zeit strafe wenn du außerhalb der strecke bist kann ich auf masser krass zahlen ey aber koki 6er ey das ist noch nicht schlecht ja vor allem mit dem wagen ey ja lotus ist doch eigentlich gar nicht so schlimm dann fahr mal lotus er ist gerade in der box er ist gerade in der box wasser aber in der box felipe felipe also du müsstest jetzt eigentlich wieder zeit gut gemacht haben raffi alter ich habe in dieser anrufe auch überhin bin ich schon mal wieder 14 da ja noch mal so klein weiß nicht warum aber warum ferrex auf einmal die ganze zeit wegbezieht von mir ah das war es ja ich glaube ich kriege jetzt nur für strafe ey wie vierter platz bist du ferrex 18 aber ich hole richtig auf muss man hier bei der box einfach geradeaus fahren ja muss man einfach geradeaus oh fuck also nicht vom gas gehen einfach voll rein einfach voll laut unseren daten fährt ein vordermann offenbar im benzinsparmodus seine rundenzeiten werden etwas schlechter werden bahnabensch fährt im benzinsparmodus eigentlich nein ich habe wahrscheinlich auch eingestellt und weiß es nicht war eigentlich nicht im benzinsparmodus die box hat es dir umgestellt dann war es chillten ich bin jetzt in der box und immer noch zwei wie weit seid ihr weg ich fahre auf standardgemisch also ich fahre auf energiesparmodus ok nach der box immer noch zweiter krass das ist ein dritter das ist aber nicht so toll ja aber der muss ja auch in die box ich war gerade in der box das heißt jetzt mehr als 18 sekunden hinter mir ja das ist gut wie war das die bestzeit kam von ferrari was war das für eine 1,17 irgendwas 1,17 aber die wird noch besser weil der wagen ist ja noch schwer und so ja ja klar ich habe schon wieder zeit durch die scheiß überrung angekommen ne ein schicht parkschönt wird noch auf der strecke beinahe wollen lassen wo mit seinem master der drängel mit seinem frischen reifen hinter mir die klatschen hier ja eben auf 18 platz na ja wir merken das potenzial in die und du bist nur erster sicher ich bekomme gerade geheime informationen bianchi ist auf weichen reifen bianchi ist auf weichen reifen unterwegs jetzt habe ich masser sauer gemacht jetzt mit voller drehzahlen du hast masser wütend gemacht das jetzt auf voller drehzahlen das liegt das liegt eindeutig am fahrer ich verliere pro runde zeit und muss noch in der box und ich habe einen kaputten frontflügel jetzt habe ich den schmutz hier noch fährst du auf mager raffi nein ich habe gerade umgestellt ich habe mein frontflügel ist beschädigt ich bin absolut konkurrenzfähig bohr geil hey haben wir die gleiche boxen crew du bist natürlich genau in der kurze der scheiß boxen einfach nicht so kannst du noch schnell fahren oder bist du mega langsam ich bin mega langsam kann ich denken das ist scheiße halt irgendwie enttend hier ja raffis reifen ist schwarz oh gott ja ja du bist noch kommen vielleicht komme ich ja doch noch auf 1 aber der lenkt sich so wie so eine robbe aber vielleicht könntest du raffi jetzt harte reifen raufziehen und dann bis zum ende durchfahren ist doch ein risiko aber könntest du versuchen ansonsten ist das risiko was er eingehen kann um den platz noch zu halten ansonsten was weiß ich wie weit er dann zurückfällt mit der einboxen stop mehr ja ich gebe es gutes tempo fuck ey oh das kann nicht sein doch mann leichter schaden am frontflügel masel ja woher drehzahl ne wir haben alle drehzahl egal mit meinem drs hole ich dich oder so ein alter ja bist doch der pull aber ich habe immer wieder wixen gegen nazis mann jetzt ist das hier wieder so ein kampf ey hast du sowas strafen vorprogrammiert andi du musst noch eine zeitstrafe rausfallen soll ich dich vorbeilassen war sie eine sekunde pro runde eigentlich will ich das nicht so gewinnen was ist das erste rennen wo ich meine ist das erste rennen wo ich meine boxen crew verstehe hat der druck schon gelangt um nachzulassen wow ja aber es wäre schwierig geworden weil von der geschwindigkeit ist eigentlich auf dem gleichen level sind ja ich gebe dir nur das zurück was du mir auch gerade gegeben hast doch du hast mich vorher in die seite und du hast der es das wolltest du nur alter du stichst voll rein was ist da los hast du wenigstens eine strafe nö nö alter freie fahrt was hast du versuchst du auf innen zu überholen bianchi kommt zum boxen stop und ich folg dir auch noch ja ich muss dich gehen lassen mein motor wird zu heiß wie kann dein motor zu heiß werden durchdrehen reifen ach so ich meine ich die reifen ich meine den motor ja doch ja durchdrehen reifen motor nenni es ist einfach nur weil ich halt die ganze zeit in einem windschatten bin keine frische luft zum kühlen des motors krieger und auf voller drehzeit fahre und sehr spät hochschalte und so ein paar paketoren komm gib mir drs gib mir drs gib mir nein hast du es mich? nein ent reagiert schon gar nicht mehr wie irgendein überfolgt dass dein hintermann mit äh probleme dem handling hat ja mein stil ist nur nach vorne zu kommen seine rundenzeiten werden etwas schlechter werden dein vordermann fährt auf energiesparmodus ich fahre aber gar nicht mehr auf energiesparmodus eigentlich heißt es mager magerer energiesparmodus ist ja dann noch schlechter ich bin gerade erst noch von Grosjean bei holen lassen wow das wird alter Andi ey ja 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 ich hat gerade kurz stand ich gerade ja den skill hätte ich theoretisch schon die ganze zeit gehabt mit meinen strafen skill boah boah ja ich jetzt hier fast nachgemacht war nur fast auch roughy die letzte Kurve ist echt alter hast du nett nachdem das die letzte ist ahhhh 1 17 5 7 8 5 7 8 ja boah ich könnte mich schlagen dann boah ich war gerade so gut ein auf und das ist genau ja ich weiß Ja, dann habe ich blau in dem Auto. Bist du sicher, dass es nicht gelb ist? Ich fahre an der Rituallinie. Ja, ich bin Farbenblind. Achso, okay. Das ist eben Top Speed vorbei. Du hast noch DS wahrscheinlich, oder? Vielleicht, mal gucken. Yes! Was ist das denn? Wie unten, Alter. Oh, mein, du hört mich ja was kaputt ein. End, welcher Platz bist du? Dritter. Boah, bleib mich bloß weg, ey. Dritter. Dritter? Dritter ist bei mir Masse. Boah, was soll denn das? Bei mir auch. Bis vierten. Wir sind hier nicht bei Mario Kart. Hat er gesagt, ich war einfach auf dem? Ja. Nein, doch. Aber das ist... Ja. Wir sind hier nicht bei Mario Kart. Wir sind hier nicht bei Mario Kart. Wir sind hier nicht bei Mario Kart. Ich bin hier nicht bei Mario Kart. Wir sind hier nicht bei Mario Kart. Untertitelung des ZDF, 2020